Mein Name ist Wolfgang Knapp, ich bin Firmenkundenbetreuer bei der Volksbahn Pforzheim. Mein Name ist Gerhard Sake, bei der Firma Sake bin ich der geschäftsführende Gesellschafter. Sake stellt seit vielen, vielen Jahren Präzisionswerkzeuge und Universalwerkzeugschleifmaschinen her. Am Standort Pforzheim schätze ich die guten Fachkräfte, dass hier unsere Mitarbeiter wohnen mit ihren Familien und dass wir unsere Auszubildenden hier vorzugsweise aus der Region rekrutieren können. Den Benger in Blaumann gibt es, weil wir unseren Kunden noch näher kennenlernen wollen, dass man auch mal tatsächlich in der Produktion oder in der Arbeit sieht, was täglich produziert und geleistet wird. Ein guter Bankberater ist für mich jemand, der nicht nur die Zahlen sieht, sondern auch die Personen und das Unternehmen, die hinter diesen Zahlen stehen. Wir reden heutzutage von sehr großen Investitionssummen, da ist das Vertrauen unabdingbar. Kunden ist für den Firmenkundenbetreuer das A und O. Amen.